Ja, liebe YouTube-Freunde, ich denke, ich werde heute Sonntagabend gegen Glanzkäfer spritzen in meinem Raps. Wenn der Wind nicht stark wird, im Moment wäre es auch gut, aber Sonntagmorgen... Hier marschieren Sie, die Glanzkäfer. Da starte ich die Spritze nicht. Und fliegen weg, oder? Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt habe ich es doch geschafft. Montagmorgen, halb elf, ich spritze meinen Raps gegen Raps-Klanzkäfer und setze noch ein Fungizid ein, das auch das Wachstum ein bisschen hemmt, damit er nicht zu stark in die Höhe schiesst. Jawohl, nicht Sonntagabend, wie zuerst angedacht. Da habe ich lieber im Smoker-Boulet gesmoked und Bier gedruckt. Ah, ha, 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 ha. Vielen Dank.